Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei mir, bei Mr. Ishiza zu einem kleinen, ja, ich sag mal, Infovideo. Denn ich hab mir mal überlegt, ihr wollt ja unbedingt Gran Turismo 5 haben, beziehungsweise es sieht eigentlich derzeit sehr gut aus, dass es Gran Turismo 5 mein neues Übergangsprojekt wird. Ja, und ja, auf diesen Drift hier bin ich sehr stolz, nur das mal nebenbei gesagt. Und ja, deswegen wollte ich euch mal fragen, wie ich das mit dem Übergangsprojekt dann machen soll. Was wollt ihr von Gran Turismo 5 sehen? Haut es einfach voll in die Kommentare. Ich lese mir jeden Kommentar, da könnt ihr sicher sein, sicherlich durch. Und ja, wie gesagt, das ist eure Freiwahl, ob ich da irgendwie, was weiß ich, ein Let's Show machen soll, ob ich irgendwelche Lizenzen fahren soll, die ihr haben wollt, oder was weiß ich, in der Karriere irgendwie weiter. Ich muss dazu sagen, hier, das ist mein aktueller Wagen in der Karriere. Also ihr seht, ich bin da schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Und deswegen sind die Events jetzt auch schwerer. Und da muss ich dann auch mal öfters mal wieder probieren, wie das jetzt geht. Und ja, also wie gesagt, Leute, da ist, ja, ihr seid, wie sagt man denn das? Ihr seid die Leute, die es bestimmen können. Also ich gebe da jetzt gar nichts vor, da könnt ihr jetzt sagen, machen, tun, was ihr wollt. Ich schaue mir das dann mal an, ob es auch realisierbar ist. Ihr könnt auch einfach, wenn euer Vorschlag schon dasteht, einfach mal Daumen nach oben voten. Und ja, ich habe mir eigentlich drei Minuten Zeit gesetzt. Jetzt stehe ich bei knapp zwei Minuten. Auf jeden Fall, ich freue mich. Ich habe das da gerade eben alles aufgenommen. Habe da ein bisschen was zusammengeschnitten. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es lenkt auch nicht zu sehr von meinem Gelaberat, weil ihr da natürlich auch zuhören sollt. Und ja, wie gesagt, am Ende des Videos zeige ich auch noch meine Garage. Da könnt ihr ja auch ruhig schreiben, ja, komm, fahr das und das Auto mal. Oder fahr das und das Drift Event mal. Also Leute, wie gesagt, ich greife da gar nicht ein. Ich schaue mir nur eure Wünsche an. Und ja, auch hier diese Kamera ist hier wundervoll. Ja gut, genau. Also ich schaue mir das an. Ich werde das natürlich, wie es Gran Turismo 5 typisch gehört, sehr, wie soll ich sagen, ja, sehr realistisch fahren. Und es versuchen, ja, sehr realistisch zu halten. So, ihr seht jetzt hier diesen schönen Kreisel. Selbst in Gran Turismo 5 ist der Querfahrer Mr. Easy Racer wieder da. Gut, es geht sogar noch. Aber in diesem Lambo, da bist du schon fast zum Querfahren, ja, gezwungen. So, und jetzt zeige ich noch schnell meine Garage. Also ich weiß gar nicht, wie viele Autos ich insgesamt habe. Ähm, ich weiß nicht, hier sind's. Ich kann's jetzt gerade nicht erkennen. 53 oder 55. Nee, keine Ahnung. Ich seh's nicht wirklich. Ähm, hier, die zeige ich euch einfach mal. Einfach mal kurz stoppen, wenn euch ein Auto interessiert. Und ja, das sind jetzt nur die Premium Autos. Also da, wo man auch wirklich Cockpitsicht hat. Das hatte ich am Anfang auch ein bisschen fehlverstanden. Und ich denke so, wow, tausend Autos, überall geile Sicht. Und, also innen, Cockpitsicht. Und dann denke ich, oh, schade. Das sind ja doch nur hundert von den tausend. Genau. Deswegen, ich, meine Zeit läuft doch gleich ab. Ähm, schaut euch die Autos an. Gut, ich denke, die unteren werden euch nicht so interessieren. Ich sag dann jetzt auf jeden Fall schon mal ciao. Ich freue mich auf viele Kommentare, viele Vorschläge. Und ja, ich bin dann weg. Und sag dann, servus, Leute. Ja, ja. Ich bin dann weg. Ich bin dann weg. Ganzber. Ich bin dann weg. Ich bin dann weg. Und dann Mats основ Untertitelung des ZDF, 2020